Hallo und herzlich Willkommen Leute. Diese Map scheint ja die Lieblingsmap von Snickers zu sein. Ja und wir sind hier mit ins... Ja, aber nur in Groß. Nur in Groß? Okay, auch in Groß mag das Snickers sie nicht. Ich würd mal sagen Leute, ich hab ne ganz coole Idee. Pann aus der Lutcher, Leute. Regulationspann. Erster Kill. Lass erst mal 3 kills geben. Was ist los? Oh ja, Stickmann. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Alpha. Mit Laban. Einsatzstiel Charlie wurde gerade neutralisiert. Aber kein Schuss. Ach, ein Ebel, wie das doch. Ja, Pann aus der Lutcher. Ich würd mal sagen... Ja, na klar. Ich kämpfe und er kriegt mich trotzdem mit seinem hässlichen Snoop-Aufklärergewehr hier. Ja. Oh Gott. Wir campen irgendwo. Richtig hart. Nice. So richtig hart. Schon wieder hart. Und seine Mutter ebenfalls. Da hab ich noch gekriegt, Alter. Nur. Wie du so f*** gesnipet wirst. 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 Wie du so f***. Alter, wo zum Unterfüßen sitzt der sch*** Sniper hier schon wieder. Der geht mir auch schon den ganzen Tag für Sack. Ab und wer die immer noch tutti s***. Du bist bei einer Sch***er över K nên Sch***er. actually zu blocked out of the fire for Ski, start es Tropfen. Ab und ein dassel, ob er nicht nur für der Ball ist. Alter! Du hast bürger wasn't必Sköpfe? ? Du hast gebrauchtлюдiert. Da Wohin Jahrzeh! Dein Haus ist echt über... Er ist über dem Haus. Weil Lero lebe. Eh! Deine Gegend fährt. Alter! Alter, Alter! Alter Sneakas! Wir sind drin, du Idiot! Ja, weiß ich doch nicht! Ja, weiß ich doch nicht zielen! Wenn du auf die Gegner drauf zielst, deine... Ich hab Granaten reingeworfen! Wie soll ich damit zielen? Wie soll ich eure Namen damit zielen? Mit deinem Gewehr! Ich hab einfach Granaten reingeworfen! Ich hab einfach Granaten reingeworfen! Ich hab einfach Granaten reingeworfen! Schau auf! Alter, jetzt treffen wir nicht denn hier! Oh, da ist ein Kraftwerk! Ah, wie denn? Ah, wie denn? Oh! 3 ja vor Ort steht vor Ort ist auf Distanz hast du die Mannschaft automatisch ist auch vorjahr ist kein vollautomatisch So ist das nochmal im Leben hier. Erstmal los schon. Was? Guck mal, ich spawnschte da vorne. Achtung, wir haben Einsatzes hier. Charlie versorgt. So, ich lass das jetzt überleben. Nein, was für ein Fehl. Ich dachte, er wird um die Ecke. Aber, aber er kam geradeaus. Stier. Ah, fuck. Irgendeiner muss verzeiten. Ah, ich hab nicht genug Leben. Na klar, so. Na klar. Ich sprühe einfach meine Kugeln irgendwo hin und treff mich Tümpf. Und dann... Äh, Leute, lass mal bei A hoch. Da kämpft. Welch kämpf? Kämpf. Da die Ecke. Der ist mein Stoß. Ja, wir müssen in denen Werden. Aber wir müssen die Ecke wegnehmen. Aber wir müssen an, wir müssen aufstehen. Oh, nein. Aber wir müssen aufstehen, und dann, wir müssen uns nehmen. Leute! 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 Ich wusste, dass der hochkommt. Also, beziehungsweise nicht, dass ich wusste, sondern ich hab's nicht so gesehen. Wir haben gerade Einsatz von Team Charlie neutralisiert. Genau! Einsatz von Team Charlie jetzt unter unserer Kontrolle. Da genau! Das ist wirklich egal, wenn du mal führst. Ich bin nur gelangt. Schau! Deswegen sag ich auch. Ich bin nur gelangt. Ich bin nur gelangt. Oh mein Gott, ich bin nur noch im Versuch. Das ist ein Schiff. Ich bin nur gelangt. Das ist ein Schiff. Das ist ein Schiff. Einsatztiel, bravo ist verlobt! Nein! 12 und 7! Und ich schiebe mich schon mal! Das ist ja so nice hier! Ich will ja nennen ihn jetzt auch! Ich hab ja schon einen Battlepack gekriegt, dann noch eben... Ich hab ja noch ein Stück! Doch, ein Stück! Faces, Faces, Faces! Panos, ey, Alter! Haben wir das? Was?! Ja, um dich zu gucken hier... Weil ich dachte, du bist ein Gegner, weil du da rumläufst, wie sonst noch was... Wurde getötet! Ey, Alter, wie können die eigentlich snipern? Man kann doch den Namen gar nicht sehen, Alter! Wieso snipern die hier nicht? Kannst du snipern einfach zum Glück? Nein, nein! Wenn du drauf ziehst... ...dann siehst du, ob da sind Gegner oder andere... Boah, Alter! Das ist ne ziemlich hässrische Runde, Alter! Da ja, da ist er noch! Ach, Alter, da ist er noch nie... Acht, Alter, da ist er noch nicht... ...dann siehst du mehr so... ...dann siehst du? Der hat ja schon die M460 unterliegt. Bewege und schützt jetzt den Einsatzstil Drangmann. Ich hab auch keine Gegner mehr. Einsatzstil Bravo wurde neutralisiert. Er ist in einem Snipe. Er ist in der Kumpel schon krassiert. Er ist in der Kumpel schon krassiert. Er ist in der Kumpel schon krassiert. Einsatzstil Bravo wurde erobert. Und sein Avatar ist so hässlich. Oh ja, es leckt. Oh ja. Es leckt rum. So, ich bin jetzt nochmal ein Sleeper. Scheiße. Lass den Sleeper sein. Ich stirb sofort. Ja, ich wollte gerade den Snickers mit M320 wegmachen. Ja, da wird einer auf dem Dach da oben draufklagen. Das ist der Wahnsinn. Los. Wer langt der Runde weg. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Charlie. Ja, genau. Oh ja, ich schiebe. Ich schiebe. Ja, ich schiebe. Ja, ich schiebe. Ja, ich schiebe. Ja, ich schiebe. ich bin jetzt einer ich stehe jetzt aus Kann man auch nicht angehen hier, dass alle hier newsnipern, wir sollten schon genuttern Oh, einer ist den, der ist auf dem... Da Achtung, Einsatzziel Alpha wurde neutralisiert Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Alpha Kommen wir jetzt einander Sofort wieder her, sofort Boah, ich... Ich hab mich nicht gekochen, ne? Oh Gott Einsatzziel Bravo ist verloren Boah, die sind Sniper auch nicht in die Ja Das sind einfach nur hässliche Nutten und Hohensöhne Dessen Mutter kann natürlich nichts dafür Die haben einfach nichts drauf, die Missgeburten, Alter, ohne Witz Kann man nur so durch den Sniper, ey, das ist das längste von mir der Welt So, Hohensöhne war für den Kram, ne? So, Hohensöhne war für den Kram, ne? Hauptsache, die Hocken irgendwo hin Alter, die Schale ist verloren Hohensöhne war für den Kram, ne? Hohensöhne war für den Kram, ne? Hohensöhne war für den Kram, ne? Ich hab schon mal geblendet Hohensöhne war für den Kram, ne? Ich hab mir geblendet Hohensöhne, das ist ja nicht so, ich hab mir geschehen Ja, ich hab mir geblendet Hohensöhne war für den Kram Wir haben Einsatzziel Alpha neutralisiert. Einsatzziel Alpha ist jetzt in unserer Kontrolle. Wir haben einen Schicksal. Oh! Der Sniper. Nackt! Alter Vater! Alle Sniper sollten sterben Alpha. Aber im Real. Es war elendig. Aber im Real hier, nicht im Spiel. Einsatzziel Charlie ist neutralisiert worden. Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Charlie. Der ist der Schicksal. Der ist die Sniper. Der Mann hatos die Sniper müssen. Wie viel hat das noch gehört? Der ist der Schicksal, der Schicksal. Das war der Schicksal. Der ist gerade hier, aber die Schicksal. Und der Schicksal! ungefähr. Ich hattelbar. Ich bin so ein Wichser, der hat mich schon so aufgetragen, ich will nicht mehr. Runde vorbei und da verloren. Ich will snipen, wie die. Die Snipes sind sowieso die größten. Ich wechsle mal das Team, meinst du scheiße. Ich gehe da hin und kratze mir nur die Banane. Und da kriege ich noch Fettpunkte. Die müssen einnehmen und fertig ist. Punkte habe ich auch ganz schön viele, aber... Aber hier mit diesen Leuten... Und bei uns bin ich der höchste. Ja schön, die Ribbons-Leute hier anschauen. 5.800 Punkte. Und warum habe ich da 2017? Weil im Gegnerteam nur Löschen mit Snipe-Gewehren sind. Und somit verabschieden wir uns mit diesem Satz aus dem Let's Play. Leute, hasta la vista. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.